Willkommen in der HumaNik Backstage Styling Lounge. Wir alle lieben weiße Sneaker und diesen Frühjahr sind Retro-Modelle mega angesagt. Logomania ist zurück und ich würde dem ganzen Look jetzt noch ein bisschen einen modischeren Touch geben, indem wir eine coole Crossbody-Bag dazu stylen. Das ist ein super cooler sportiver Look, mit dem man auch direkt ins Fitnessstudio gehen könnte. Das weiße Retro-Sneaker, auch mit Kleidern funktionieren, zeige ich euch im nächsten Styling. Mir fehlt jetzt hier noch eine Tasche, farblich würde ich da auf jeden Fall auf Schwarz-Weiß gehen, dass wir die Sockenfarbe so ein bisschen aufgreifen. Bei diesem Look trifft sportlich auch Femininen. Wir haben hier einen lässig geschnittenen Hoodie und einen schönen femininen Pencil-Skirt. Jetzt kriegst du noch eine Tasche und ein paar Accessoires von mir. Und fertig ist der Hoodie-Retro-Sneaker-Look. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.